Das ist die Klasse 7b. Eine neue Schülerin kommt in die Klasse. Das ist Luise. Hi Luise. Hallo. Hi. Wollen wir Freunde sein? Ja. Alle Schüler der Klasse sind in der Fußball-AG und nehmen am Wochenende an einem Turnier gegen die anderen Schulen teil. Die Mannschaft der Freien Schule Anhalt gegen das Ludwigsgymnasium Köthen. 1 zu 0 für das Ludwigsgymnasium Köthen. Das ist das Ausgleichstor der Freien Schule Anhalt Köthen durch Luise. Das Elfmeterschießen beginnt. Tor. Freie Schule Anhalt gewinnt. Und der Pokal geht an die Freie Schule Anhalt. Hip, hip. Hurra. Und der Pokal geht an die Freien Schule Anhalt. Hopp, hip. Hopp, hip. ực conclusion455 jet 아까 mal.